Hier ist mit der Meisterschale aus diesem Jahr, hier ist unser Kapitän, hier ist die Nummer 1, hier ist Manuel Neuer! Die Mannschaft und ihr Fans! Wir sind die Champions, wir sind die Champions, no time for Luba, wir sind die Champions der Welt! Nummer 1, F.A. Meyer, forever number 1, you can watch the champions of the world, F.A. Meyer, forever number 1, we dreamers, we're the best, 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 best Wir geben alles bis zum Schluss! Liebe Fans, was für ein wunderbarer Tag! Drei Jahre mussten wir warten, bis wir wieder hergekommen sind und es ist so schön, euch alle zu sehen. Denn eins ist auch klar, ohne euch, ohne die Unterstützung der Fans, wäre der FC Bayern nie so erfolgreich wie er heute ist. Und ohne eure Unterstützung, wäre der Klub nicht das, was er heute ist. Herzlichen Dank, denn ihr seid Bayern! Natürlich haben wir etwas geschafft, was einmalig ist. Zehnmal deutscher Meister ist noch keinem gelungen, in noch keiner Top-5-Liga in Europa. Aber wir, der FC Bayern, wir haben das geschafft und darauf können wir stolz sein! Als kleines Kind stand ich auch mal da unten in der Menge, mehrmals, da standen hier noch andere Spiele oben. Und hab denen zugejubelt, hab immer gehofft, dass ich auch mal als Weltstar hier oben stehe, als Spieler allerdings. Jetzt bin ich als Trainer oben und es geht natürlich auch ein Traum von mir in Erfüllung. Ich fasse mich deshalb kurz, weil ich relativ schnell wieder heute Nachmittag, wenn es dann in die Sonne etwas weg geht, ins Büro gehe, weil ich nächstes Jahr gerne mehr Titel mit euch feiern würde und wir schnell arbeiten wollen. Ihr dürftet euch trotzdem genießen heute in vollen Zügen. Vielen Dank für eure Unterstützung und nächstes Jahr wird es hoffentlich ein, zwei schöne Titel mehr. Dankeschön! Dankeschön, Julian! Ich bin jetzt nicht wirklich angekommen Florida! Patriciaủ Fuel stainest du gezogen, ... cooling in Washout educador Hey hey, hey! Einfach mal hier, schön! Wir wollen immer siegen, werden euch Bürger bilden. Für die spielen wir gegen dich finden! Wir wollen immer siegen, jetzt werden wir uns fucking lernen, für den Verein für uns alle kommen. Es macht jedes Jahr aufs Neue Spaß, für diesen Verein auf dem Platz und auch daneben alles in die Waagschale zu werfen. Wir sind froh, dass wir euch haben und ich muss dazu sagen, wir hatten ja, nachdem die Stadien wieder voll waren, sicherlich auch Momente, wo es nicht so gut lief, gerade dieses Via-Realspiel, aber was mir da aufgefallen ist, ihr wart für uns da, die Stimmung war richtig gut, die Unterstützung haben wir gespürt und den Meistertitel, den haben wir allen anderen wiederum mal weggeschnappt, auch wegen euch, für euch und immer wieder. Super Bayern, Super Bayern, hey! Super Bayern, Super Bayern, hey!